Ich mach das eh wahrscheinlich so, also Natti, ich mach das genau, ich mach das jetzt halt anders so um meinen Kanal Dingserbums da. Schön, beetze das da. Jetzt bin ich live seit 8 Sekunden. Schau mal. Ah, Gammestream, jetzt. Ah, jetzt wird meine Benachrichtigung. Ja, das hat wahrscheinlich jetzt gerade irgendwelche gespackt, so. Live-Chat hab ich da, passt. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Lukas, komm doch einfach in die Gruppe rein. Fertig, also drei Mitglieder, ey. Ja, perfekt, jetzt seh ich dich. Oh, gut. Was ist denn da los? Live wieder am Start. Live wieder am Start. Ja, okay, gut, das wird sein gut. Alles vor 5 Minuten sind vorbei, Heidel braucht gar nicht mehr herkommen, ich lade ihn nicht mehr ein, Ladung wird jetzt entfernt. Ey, er ist online. Er hat mich schon über Discord angerufen, aber er weiß nicht, wie das geht. Er hat ihn 5 Minuten gegeben, insgesamt 10 Minuten hat er gehabt. Ähm, ich hab jetzt von dir noch keine Einladung, Alex. Komisch, du möchtest aber da. Warte, schick mir mal einfach nochmal Einladung. Abrechen, einladen. Ja, ist zum Teil. Ich bin auch drin, ja. Heidel. Also, Alex, wir beide hin. Ich komme, ich erscheine, Entschuldigung. Ich komme ja auch gleich. Ähm. I'm here. Eingesetzte Fahrzeuge, eingeschränkt steht bei mir dort. Ja, und? Was für ein bester Mann am Platz. Eingeschränkte Fahrzeuge steht da nur, du kannst nur ein Fahrzeug nehmen. Wenn du es hast, kannst du es nehmen, wenn nicht. So, ich starte den Stream in genau 3, 2, 1. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, hallo, willkommen zum nächsten Stream hier auf YouTube. Ähm. Diesmal zocken wir wieder, ähm, GTA 5. Nein. Mit Nati. Nein. Und vielleicht ein Lukas, keine Ahnung, der ist verspätet. Ich hab ihn ausgeschickt. Ähm. Was meinst du? Ich mach nicht einmal irgendwas. Ich streame jetzt ganz normal. Hä? Was hab ich noch jetzt schon wieder gemacht? Ich hab mich bloß bewegt, ich hock da, beweg mich nicht, ich atme, ich streame und rede. Atme nicht, Nati, das ist dein Problem, du sollst, du darfst nicht atmen. Der, äh, heikle, äh, na, der, der Maxi hat geschrieben, kannst du mal GTA-Mod spielen? Was für ein Mod? Mein Alex. Das ist ja mal. Ach, ja, Alex, hi. Hi. GTA-Mods sind auf Dauer langweilig. Am Anfang saugeil, kann er heikle dir sagen, aber auf Dauer langweilig. Wie GTA-Mods, ach so, du meinst jetzt das Singleplayer, wo ich damals gemacht hab, oder wie? Ja. Ach so, weil der Multiplayer-Modden, alter, ist total asozial, finde ich, also total asozial. Naja, die Hecke, also wenn die UFOs so rein spawnen mit Ruiten, find ich schon geil, aber kein Geld halt. Alles, was andere Modden sind, ist geil, mit Windrädern, wo man bei Travel Let's Play gesehen hat und so, aber mit Geld. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist no go, aber ohne Geld, geil. So Real-Life-Mode hat er gestimmt. Oder, oder, oder irgendwie Modden, um andere Leute zu killen oder irgendwas oder andere Leute irgendwie zu ärgern und sowas. Sei nicht doch. Ich wusste ja doch mal, wenn es funktioniert. Ein Real-Life-Mod ist GTA-Online-Rollplay. Das einzige, das andere Real-Life-Mod ist leider irgendwie, weil es auch GTA. Das ist, wenn ich bin, das ist... Das ist die Scheiß-Mikrofon, schon wieder nicht. Heigl, hast du gefragt, ob man das im Zoom anhören darf? Der schackt dann doch Mikrofon, da sagt er doch nichts. Das ist Mikrofon, funktioniert nicht, hat er gesagt. Punkt, aus Ende. Ohne sein Willen, ein Auge für die Wände. Ja, und? Sonst fängt die Scheiße schon wieder an. Das macht man nicht, ist illegal. Ja, und? Ohne die Einwägung. Warum darf ich die nicht so machen, warum ist das illegal? Ich mein Heigl. Ach, natt. Ja, ist das illegal, eine Tür zu uns zu machen. Heigl, wenn er mal Hartl die Dessert und die erstmal angepisst auf uns, whatever, kann uns heute anzeigen, wenn er das nicht will. Ja, wow, dann die Anzeige wird eh eingestellt, weil man eh nichts Wichtiges gehört hat, außer das Mikrofon nicht geht. Nee, wird nicht eingestellt, man hört seine Stimme, man weiß, dass das Hartl Lukas war auch fertig. Ja, und? Er war doch gestern im Stream auch dabei. Ja, das war freiwillig. Ja, und? Du sollst nicht einfach so dumm sein und einfach jeden Audio da reintun nur ohne seine Einwägung. Mach ich mal, ja. Das war nur Trigger. Fuck, ich weiß nicht welche. Ach, so bequem. Okay. Oh Mann. Ich habe jetzt vielleicht 1 Sekunden mehr hoch. Ich schreibe jetzt den Lukas ganz einfach, ja, hast Pech gehabt, bist zu spät. Ja, Lukas, jetzt hast du Pech gehabt, jetzt bist zu spät, also kannst, ähm, naja, bist zu spät, jetzt. Alex, lass dich jetzt nicht mehr rein. Nee, ich habe die ganze Zeit schon eine Einladung geschickt, weil der hat die ganze Zeit nicht angenommen, also von daher. Ja, du hast es nicht angenommen, die Einladungen, von GTA und von der ganzen Zeit, du wolltest ja den Monitor unbedingt machen, also jetzt hast du Pech gehabt. Ja. Ja, wir haben gesagt, bis 15. 15 wären wir ungefähr anfangen, wenn es da bis da nicht online warst, dann hast du Pech gehabt. Also schon viertel nach. Jetzt mal kurz mal. Albeis? Ja, viertel nach. Bergdauer WGB, eingeladen, hä, hast du denn jetzt doch eingeladen? Nee, das steht schon die ganze Zeit da. Achso, ich schau jetzt echt auf den Bildschirm drauf. Morgen mal 14.30 Uhr, hey, hey, wir können noch morgen... Ach, Alter, ich muss schon wieder aufs Klo, also ich hätte vom Stream aufs Klo gehen müssen, Moment. Albe. Ich hasse mich an die Babyplatte. Oh, ich meine... Jetzt doch nicht. Schatz, die Donnerstag mal... ...mal Orwarn. Ich muss kurz mal schauen, ich muss noch meine Schritte. Ich würde auch mal arbeiten wieder. Donnerstag mal von 8 bis 2 Orwarn und dann mal in Schwarzerfeld. Oh Gott. Such dir noch Leute? Da die einfach bewerben, da die einfach bewerben. Hab ich schon. Nein, du musst in der Wackerstoffer Strasse bewerben. Ich bin jetzt in der Wackerstoffstraße unten. Oh mein Gott. Hä, das ist viel besser. Ja, aber es steht nicht mal in der Agentur für Arbeit drin, dass die überhaupt suchen, deswegen frage ich nach. Da die einfach bewerben. Vor allen Dingen richtig geil ist, dass sie jetzt einfach live im Stream über sowas redet, Nati, wo du arbeitest. Also ganz rein theoretisch. Wir haben nicht gesagt, wo genau, nur Wackerstoffer Straße. Wackerstoffer Straße. Da in der Wackerstoffer Straße. Es gibt, glaube ich... 10.000, da gibt es sofort. Ja, aber naja. Was, ich tausende Wackerstoffer Straße ist jetzt auch nicht so... Ja, und wenn du dann das sagst, ich wusste es, der Fede, da wüsste du also, irgendwer arbeit in der Wackerstoffer Straße. Irgendwo. In jirgendwo. So, ich weiß mal. Ähm... Jetzt bin ich mal gespannt, was der Lukas gesagt hat. Ich bin aber jetzt da. Jetzt gerade im Moment. In zwei Sekunden, wo du die Sprachmachricht schickst. Wo ist er ja? Job beginnt schon. Job beginnt schon. Tut mir leid. Huch. Sorry, ähm... Die Sitzung beginnt schon. Der Alex hat jetzt ja gerade, ähm... Also wir zocken jetzt schon. Also hast du halt jetzt Pech gehabt. Äh, by the way, der Maxi hat geschrieben, sagt man heigel, dass ich mir gestern ein PC bestellt habe mit Ryzen 7 3.800x und RTX 2070. Okay. Ja, passt. Äh, nein. Gott. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die nächste Runde, sagt er. Wenn wir die nächste Runde... Sollen wir dann hinzufügen? Mal schauen. Mal schauen. Ich hab keine Ahnung. Jetzt glaube ich, ist ein Range Rover. Ich hab mir gar nicht gut Bremsleitungen oder was ist das so. Oh fuck, ich hab's. Eins hat's komplett verpasst. So, ich würde bloß nur zusammenfahren. Wuhu. Hehehe. Ach, ist das Teleportationsding? Ja. Oh geil. Aaaaaah. Massamiya. Weil wir müssen die Chancen haben. Warum? Mit Fliegen. Flugzeug. Ja. Einmal runter. Ach. Naht die. Warte, 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 warte. Ich hab's vergessen, mein Schiff. Das ist einfach nicht so. Ich sollte echt nicht so schnell sein. So ein Scheiß. Ich seh dich. Oh, Spaß und Spülmann. Ich weischt das. Ich weischt das. Ich weischt das ganz gut. Jetzt samm. Mann. Guten Tag. Nein. Ich muss wieder voranzufahren. Alter, jetzt halt. Ja, du bist aber schon weiter. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich hab's geschafft. Hallo. Ihr schaut ja in die Maxi. Geil. Mal zu kurz vorne. Ich komm jetzt. Nein, nicht schon wieder, Mann. Hä? Was hast du für Probleme? Du darfst davon nicht so schnell fahren. Ja, ich bremse ja die ganze Zeit, aber... Ja. Du musst Rücktrittstasse drücken, du nicht bremst. Ja, mach ich doch. Ich hab's trotzdem geschafft. Och, endlich. Sooo. Aber warum hast du da acht, Alex? Ja, jetzt nur eine Wunde. Aber hä? Ich bin doch schon wieder gefahren mit dem Flugzeug. Ja, auch nicht. Warum kann ich das denn... Och, Mann. Jetzt haust du mich raus. Ich muss wieder von ganz von vorne anfangen. Alter, ich hab' keinen Bock mehr. Ja. Mach das langsam mal. Lecker mich doch. Ich bin nie da. Hat 1600 Euro kostet. Hä? Wer für PCs müsst ihr da tut? Nein! War Maxi. Das macht ein bisschen unfluss. Ja, ja, ja. Ich bin noch... Ich hab noch was Anfangsfah... Anfangsfah... Anfangsfah zu drücken, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh... Dann kann ich mal mitzocken. Ich fahr solche Rennen. Ich mach ein bisschen für ich. Okay? Best. Muss man's machen? Danke. Dankeschön. Ich freu mich. Nein! Nicht! Och, Mann! Na ja, ich mich ja auch. Aber ich mein, das... Das... Das ist nicht meine Map. Ich komm einfach in der Tieflang. Ich komm einfach in der Tieflang. Was ist denn das für ein Scheissdreck? Ich komm da in der Tieflang. So, jetzt hab ich endlich mal wieder zu Hause. Was machst du, Nati? Ja, weil ich in der Tieflang komm. Ich komm da in der Tieflang. Das geht nicht. Nein. Weil ich kann da langsamer werden. Oh. Hallo? Ich bin zweiter, lol. Hallo? Was denn? Wir können ja da langsamer flanken. Ich bin... Einfach nicht Gas geben. Du bist lustig. Ja, einfach nicht Gas geben halt. Wenn du mit dem Kontrollherzugs... Oh, ich hab's. Und... Tschüss. Äh... Nein, 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 nein. Äh... Und sag... Oh! Ich wollte ein Heikel für Ink bei der Werbung machen was. Hallo? Ha! Das hat mir mal noch viel. Die Feuerwehr ist da. Ey! Entschuldigung. Dritte. Oh, oh. Nein! Sorry, Nati. Sorry, sorry. Was? Alles gut. Warte mal, machen wir kurz umdrehen. Ich komm... Ich komm tu aus Luft. Ich komm da aus Luft.. Oh. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nein. Tschüss. ich bin am baum explodiert ja sagen jetzt hier die bäume blicken pc ach jetzt pc also gerade hat sich ganz ganz kurz gta war aufgehauen oder ich bin noch dabei aber gerade hat sich ja gemeint ja ich mache jetzt nichts mehr habe ich jetzt doch ja ich hab's noch doch ist richtig nati was hast du für fahrzeug was wird in den komischen truck und ein und ein und ein die kamera hat sich aufgehauen so das war's jetzt jetzt funktioniert es wieder keine ahnung meine kamera sie aufgehauen ich raste aus ich komme der durch das lauf durch mich bist du durch das lauf durch mich ich habe monster truck Weeeeee! Herod and Azra! Nein, nein. Was? Mann. Alter. So, jetzt gebe ich gar kein Gas mehr. Wer fliegt gerade? Bist es du, Nati? Ja, ja. Das hat anscheinend nicht so geklappt. So, war vorbei. Ich mach mit. Jetzt ist gut aus! Oh. Oh. Fast. Äh. Da fliegt... Hat selbst Mod begann. Oh. 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 Das ist scheiße, Alter. Weil wir mal. Oh. 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 Schade. Scheide. Scheiße habe ich gesagt. Ja. Ähm. Ich hab viel gut auf dem Tropfen. Nein, 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 nein du bist in mir drinnen! Du bist in mir drinnen. Du blinkst noch! Ja weil du in mir drin eres! Ulala! Halt dich! NAITI! Ich hab bloß gesagt du bist in mir drin, ne Menie. Du bist hier immer zu- Das war neulich den Stuck wirklich nichts dafür. Du sagst aber auch. Nati, wegen dir bin ich jetzt rausgefallen. Ich hab ja. Das war... Kramer regelt noch. Das war... ...weil du mir jetzt letztes Mal so blöd wie du dich tust. Stimmt. Hä? Was liegt denn da? Das bin ich! Ja, super! Ich komm mit einer Sekunde ein bisschen meine Mühe auf und dann zerreißen sie zu müssen. Das ist Fahnen drin, wenn der Wind winkt. Was? Ich will jetzt euch einen Tipp geben, weil du das im Sinus drin hast. Ja. Was? Gib Vollgas. Weil du hier genug Schwierigkeiten hast, fliegst du über eine Platte einfach drüber. Echt? Ja, gib einfach Vollgas und bleib in der Mitte. Ah, komm! Nice! Das funktioniert auf jeden Fall. Ach, die Limout hier hab ich jetzt. Ja, und danach, wenn du den Krieg hast, dann kriegst du dann ins Ziel. Soll ich dann lieber warten? Mhm. Lass mich ein Flugzeug machen. Vollgas. Hab ich schon vor. Gehe ich hin und herbewegen mit der Lenkung? Mach ich doch nicht! Nein, ich muss nicht! Aber ich muss jetzt... Jetzt muss ich lenken! Ja! Wie! Halt, bleib einfach in die Mitte. Beweg dich nicht. Bleib einfach in die Mitte. Lass den Lenk nicht. Versuch mach es sich wieder so. Ich fliege es nicht! Mit den Amphibien im Fahrzeug habe ich es auch gemacht. Da war ich in der Spindlet, äh, Fischl Spindler da bin ich herumgedreht. Und... Ich möchte nicht. Ach, das Fahrzeug, was Nati jetzt hat. Ich überhole, glaube ich. Oh, oh, ich glaube, ich überholt Nati eh. Wenn ihr Hülle überholt, dann fliegt es drüber. Stimmt. Wenn, dann gibt es jetzt hier einen kleinen Anschlubser. Jetzt fliegt es drüber, siehst du? Ah, ja. Tschüss, Nati. Servus. Servus, Gretzion, hallo, oh, oh. Jetzt muss ich dagegen linken. Oh, nein. Nein. Nacktig schuld. Ah. Nein, Nacktig ist gar nicht schuld. Das hat mich einfach bei den letzten, in der letzten Stufe einfach hergedreht. Sag mal so, wenn du dann fliehst, lass einfach die Beschleunigungssatz lieber los, weil dann hast du, glaube ich, zuschneid. Ja. Das ist wie irgendein Rennen für den Harten. Oh, okay. Was, wie? Achso. Maja, nochmal zocken. Ne, geht nicht. Okay. Das hat mir einfach nicht. Das hat mir einfach nicht. Whoa, kommst du. Oh, 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 kommst du. So. Von oben ist es hier. Ja, ja, ich weiß schon. Gehen wir auf Natti. Ja, ist das die Schwerte? Ja. Fast, ja. Du hast das letzte Fahrzeug. Du musst noch einmal drücken. Oh, mein Gott. Mein Bier ist so schrug, gell? Weil der Harkler hat das Asse-Fort. Alter, hab ich was? Asse-Fort? Nein, ich wollte durchfahrzeugen. Seit wann fahre ich mit dem Flugzeug? Er flaket. Nein! Oh, schade. Du bist jetzt halt abknallend dran. Nee, ich will einfach... Oh, flieg ins Ziel, ist ja das Flugzeug. Ja. Letztes Mal hochfliegen. Das Ziel ist ganz im Endeffekt. Gute. Ich bin zwang. Oh, mein Gott. Ich bin zwang. Oh, mein Gott. Du hättest gleich beim ersten Mal geschafft. Perfekt. Passt doch. Wie kommst du mit der Zeit? Oh. Übung macht den Meister. Vape the Gaming. Der Rider-Nator. Aber warum bist du so blass-weiss? Das Make-up. Und Joker von vorhin noch mit meinem... Weiß schon. Äh, wo geht's jetzt? Hier freiem Modus, gell? Freiem Modus ist einfacher auf B und A. Ich bin nicht so auf freiem Modus, gell. Ist ja scheißegal. Es ladet genauso lang. Nö, gar nicht, weil ich bin jetzt schon drin und kann den Job auswählen. Achso. Also bei mir ladet das, ist das scheißegal. Boah. Du kannst hart hinzufügen. Und sag einmal an Heikel, dass ich für eng beide Werbung mach. Ja, hab ich doch so gesagt. Danke. Ja, aber ich hab gestimmt. Ich mach bisschen Werbung für euch. Okay, sag einmal an Heikel, dass ich für euch beide Werbung mach. Hast du's doch schon gemacht. Hä? Ich hab ein Wall, wo Psychotik Wall heißt. Nimm mal, wenn Lukas... 26% haben's abgeschlossen. Von 100. Ja, Lukas, komm doch einfach in Discord-Server rein. Komm doch einfach rein. Also, ich versteh das jetzt nicht. Du hast doch mit uns die ganze Zeit schon quatschen können. Komm doch. Ja, nee, das ist ja schon in der Gruppe. Er braucht doch nur in der Gruppe Beiträgen. Profi noch ein Wall. Fertig. Kein Kontakt? Nee, mach mal GTA. Wie groß ist das? Mach mal eine Runde. Supersportwagen, nimm mal Sportwagen. Kann ich mein Auto hier nehmen. Ballungslevel ein. Okay, ein. 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 Aufholen. Aus. Okay, mach ich aufholen. Windschatten aus. Team GT aus. Jetzt komm mal aus. Um. Besamts Manuel. Wo hab ich jetzt? Ist das? Passt. Dazu ich alle einbarten. Ok, wir können Hartl vergessen, weil er es nicht mehr gibt. Achso, echt ist er nicht in GTA? Nee, ich sehe keinen mehr, wo online ist, außer euch zwei. Ok. Können wir gleich vergessen. Ja, du bist ja gar nicht in GTA Online, also wir machen jetzt das wieder ohne dich. Ich hätte gedacht, du bist schon in GTA drin, so. Vielleicht war ich. Also, hast halt jetzt Pech grad wieder. Und jetzt gar nicht ein Ding online, fang mal auf Discord. Leute, vor Schatz, also vor der Julia, viel Spaß. Black Blink, ach der Blink. Hallo. Woher, dass ich die Namen kennen würde? Schatz wünscht uns viel Spaß beim Zocken. Dankeschön. Ja, danke. Ich bin immer noch in Ladeboden, der redet. Deswegen kriege ich auch immer B und A. Ich nicht, ich bin schon lang, ich bin schon beim Beigetreten. Deswegen gehe ich nicht auf Freien Molson, sondern gehe einfach raus. Geht schnell nach meiner Meinung. Der schwarze Blink. Black Blink. BB. Hört sich irgendwie geil an, BB. Weißt du, was ein geiler Name ist? Jack Black. Hellermans Black Jack. Nö. Was kannst du denn für eine Drohne empfehlen, die du nicht so viel kostet? Ja, meinst du jetzt so Drohnen, wo man selbst baut oder so Drohnen, wo man halt direkt kauft und direkt losfliegen kann? Weil es gibt verschiedene. Es gibt auch ganz kleine, wo ein paar Hundert Euro kostet. Für Anfänger. Oder FPV, also wo man praktisch so eine Brille hat, so eine Brille. Weil die kostet manche 400 Euro. Naja, für Anfänger würde ich erstmal ohne Brille empfehlen. Einfach so mit der Drohne fliegen und dann auch mit, wie heißt es? Lift-Off, genau. Ich würde, ich würde, ich würde erstmal Lift-Off im, also, kauft. Also, andere Sache. Es gibt natürlich auch Drohnen, die wo praktisch, wo man, ja wie soll ich das jetzt sagen? Drohnen, wo man halt, ha? Im Haus fliegen kann. Ja, das zu meinen auch. Aber ich meine, es hat Drohnen, wo man halt Ready-to-Fly oder solche Art DJI Drohnen, wo praktisch alles für dich machen muss. Wo du einfach nur die Steuer, wo man halt einfach nur zum Filmen hernimmt. Entweder Abwendigkeit und gute Aufnahmen oder langsam und romantische und artveraubende Aufnahmen. Kommt drauf an, welcher Kerl du bist. Ja, genau. Oder schnell und geile oder langsam und schöne. Ja. Es gibt natürlich verschiedene Drohnen, wo ich fliegen, die Kursen ein bisschen, beziehungsweise ich baue halt die selber. Ach, es ist ein GTA Online. Ich lade immer noch. Eingeladen. Du ladest immer noch. Hast den besten PC von uns allen und ladet immer noch. Ja. Weil sie die, weil sie die schnirrlich beste Internet-Ladung von uns anhat. Ja. Da hat er recht. Oh mein Gott. Ja, in Discord bist du auch noch gar nicht online. Hey, ich bin für... Ich stream gerade immer noch mit 6... Achso, nein, stimmt. Ja. Ich hab immer noch nicht umgeschaut. Ich hab immer noch 6000 KPS. Also... Was, was mir aufgefallen ist, wenn ich auf YouTube streame, dann habe ich jetzt so viel CPU-Auslastung, weil wir nicht auf Twitch streamen. Obwohl er in Ladebildschirmen drin ist, gell? Was ist das? Warte mal. Ah, bin da. Bin. Bin ich im Discord, aber ich weiß nicht, wie ich dich ins... Bin ich im syllable? Bin aktivieren? Ich muss mich bestetten, mich mein Favoriten nicht in den Ödäuschen... Jo-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich... Vielen Dank.